Prozent ich dachte schon ich sehe ich nie wieder mein Junge das sagt mir auch und wie hast du mich eigentlich ja draußen gefunden ich hatte Hilfe Salim Salim wir haben nicht viel Zeit sie dürfen die Stadt nicht erreichen ich weiß nicht ich habe jetzt tagelang bei den Pennern festgesessen ich weiß nicht hinter was genau Malo her ist aber es ist bestimmt kein Schatz wir müssen sie stoppen Drek wir müssen los jetzt naja dann auf und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Uncharted 3 los geht's endlich wieder Verein mit Salim und jetzt geht's hoffentlich so richtig Richtung Finale na gut durch den Sturm ich hoffe du weißt was du tust Vertraue dir Drek Vertraue dir das wäre super wenn ich ihm dann Schade wir sind getrennt worden aber für die Pferde ist das auch nicht gerade ideal da müssen wir uns zu Fuß wohl durchschlagen so erstmal auf die Nüsse ja Ich mag es nicht einfach ich guck du Dicke der ist aber wir haben ja keine Deckung gerade wir haben ja gar keine Deckung gerade ja was wollen wir da machen hier ? Ich habe hier commen einen Deckung gerade Du solltest jetzt eigentlich von hinten umbringen, aber gut. So, zumindest haben wir jetzt mal eine Waffe. Das hättest du eben machen sollen. Gut, dann nehmen wir die neuen mit, die brauchen wir auf jeden Fall, dann haben wir zumindest mal eine gute Waffe. Aber das, ah ja, das war klar, warte mal, da kann man welche Dicken kriegen. Sehr schön, der ist tot. Moment, jawohl, du hast ne neun, die will ich haben, oh sorry, alter Fahrwalter, oh hier kommt leider, guck guck, 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 hier ist tot, oh, 30 Eliminierung mit M9. Vieles viele Trophäen heute gekriegt, da habe ich die ganzen Waffen. So, für den Fall, dass noch irgendwo Leute sind. Wir machen was anderes. Wir nehmen die Perk. So. Ich weiß, dass hier gerade noch einer lang gelaufen ist. Auf die Mütze. So. Ah, Gott sei Dank. Ja, ist ja nett, dass hier da loben. Tot. Meister Panzerfaust ist tot. Irgendwo da hinten steht auch ein Schauschütze. So. Und so muss ich jetzt meine Panzerfaust haben. Aber ich kann ja die hier nehmen, ja? Warte mal. Der ist kaputt. Hör mal! Gehst du mal weg, Kollege? Jetzt zähl ich mal auf die Nuss. Auf die Nuss. So. Du gehst mal weg. Ui. Ich will dich das tun. Oh, Gott sei Dank. Schwerter Geschoss, viel gerade. Ich brauche jetzt gerade wieder diese Energie. Oh, jajajajajaj. Ah, ich habe keine Munizierung mehr auf der Panzerfaust. Gut, dass du sein eigenes Mann... Nein! Weil die nur drauf sind, die ganze... Die interessiert dich gar nicht. Scheiße, bist du... So, der ist weg. Ui, ui, ui. So, rein damit. Auf die Drohne! Achtung! Ich komme jetzt gerade wie gar nicht mehr raus. Ich brauche die Panzerfaust. Das ist das Problem, meine Sache. Sonst kannst du das mit dem Truck gerade aber komplett vergessen. Ja, sorry. Ich muss da hoch. Irgendwie. Scheiße, ich könnte nur eine... Ich habe einen Schuss gehabt. Hier, nochmal den. Ich kann nicht so viel machen. So. Der ist tot. Der ist tot. Der ist über den Sack, Alter. So. Ist dir scheiß... Transporter da weg? Alter, ist dir gar nichts, ne? Das ist nicht wahr. Den habe ich gar nicht gesehen. Einfach mal einen Tritt verpasst. Scheiße, Mann. Ich habe diese... Aber ich habe die LKWs weg. Das ist das Wichtigste. Okay, der setzt uns hier wieder ran. So. Auf die Nüsse. Auf die Nüsse. Sorry. Mann, mit deinem Scheiß... Ich tötte dich trotzdem. 100 Kopfschüsse. Ich kriege halt Trophäen und Ende hier. Also, jetzt war ich jetzt gut hier. Ja, ich brauche Positionen. So, wenn ich... Ich habe ein bisschen versucht... Hier, nimm mal den Arschloch. Jetzt war ich jetzt gerade einfach... Oha. Hier, Scharfschütze. Ui, ui, ui. Ah, Mann. Ach, Mann. Immer dann, wenn ich einen habe... Wenn ich den fast runter habe... Kommt der Scheißschütze da noch um die Ecke. Mir geht nämlich gerade dieser... Diese kleine... Keine... Ah... Ja, aber ich kann diese... Kannst du mal jetzt aufhören? Nun gieß mir... So. Der kriegt der nächste... Das war jetzt endlich... Gut mit euch dicken Idioten. Komm her. Meine Fresse, Alter. Wat für... Boah. Boah. Alter Verwalter. Was geht hier ab heute, ja? Weltcharte 3. Was geht hier? Wir sehen hier so gut wie gar nichts. Und haben da noch irgendwelche Hampelmänner hier rumlaufen. Hier, nimm den. Aber. Wir haben aber eigentlich tatsächlich sogar Ruhe. Ich hoffe, ich habe den Typ mit erwischt. Hey, das ist irgendwo noch ein Schorschütze. Das gefällt mir gerade gar nicht. Das gefällt mir gerade kurz auf die Munition hier ein. Und nein, ich bin da staunlich ruhig. Alles gut. Hoffentlich mal denke... Alter, scheiß Idioten. Aber das ist ja alles gut. Ich bin dann auch nicht mehr aufgeregt. Weil wir eigentlich noch nicht übermäßig jetzt viel gestorben sind. Sondern... Ja, wir sind... Die sterben mal. Wir werden auch noch weiter sterben. Das ist klar. Weil man immer mal wieder... Wenn man was ausprobiert oder so. Ähm... Aber... Ne? Hm? Ja, warum kann man mal Schieb sohle? Ach, das sind die Schorschützen-Dinger da, ne? Gut. Dann machen wir mal weiter. Türchen zu. Ui, 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 ui. Was ist das denn hier? Krasse Kacke, Alter. Das ist riesig. Aber... Okay. Ja, dann haben wir mal wieder einen kleinen... Wir müssen ihn nur finden. Sehen wir uns um. Ja. Hier oben vielleicht irgendwas. Also das heißt, nicht da viel krabbeln. Äh, klettern. Ich hatte deine Notizbuch von Marlowe klauen. Dachte es mir hinter. Nicht schlecht. So. Wo ist das denn? Ja, dann machen wir das mal so. Okay, dann. Ja. Ja, super, das ist doch nett. Vielleicht funktioniert der da drüben. Ja, dann gehen wir mal den... Nehmen wir den mal irgendwie. Oh, da unten ist es ein Schatz, ne? Seht sich das richtig gerade? Ich sag ja, wenn ich den Schatz direkt vor mir sehe, dann nutze ich das auch. Wenn der jetzt aber jetzt natürlich... Heißt, ich muss explizit darauf, wenn ich den Schatz suchen. Dann will ich die auch gar nicht suchen. Aber wenn ich ehrlich bin... Warte mal, jetzt müssen wir gerade mal... Bis vorhin jetzt irgendwas scheiße... So, warte mal. Ich überlege gerade, wie kommt man denn da hoch jetzt? Oh, nein. Okay, wir müssen irgendwie... Ich muss glaube, wir müssen doch klettern. Das wäre nämlich zu einfach gewesen. Ich glaube, wir müssen tatsächlich klettern. Genau. Ich muss mich halt orientieren. Wie? So. Das heißt, da hoch und dann wahrscheinlich über die Kronenleuchter. So. Das ist ja meine Vermutung. Oh, jetzt wieder ein Schätzchen. Äh, ja. Wie? Darunter... Also, rüber kommen wir nicht, glaube ich, oder? Warte mal. Nein, Weg, das schaffst du nicht, oder? Nein. Fast auch. Ja, wo geht's auch gar nicht erst? Das wäre... Das wäre zu einfach. Ja, ja, aber ganz. Das ist... Totaler Nonsens, da irgendwas zu probieren. Was sieht denn der Mechanismus aus? Wie kommen die denn her? Da oben her. Kriegen wir das hin? Da mal mitzufahren noch? Komm. Vielleicht schaffen wir das ja. Oder weiter mal. Über die Dinger da? Ja, woi. Und hochklettert. So. Ja, jetzt wird's... Doch. Darunter. Ab. Ne. Aua. Oh, ups. Das war eigentlich auch nicht der Planer der Sache jetzt gerade. Oh. Hm. Ei, 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 ei. Warum gehst du denn wirklich hoch? Warum gehst du denn da an die Wand, Kollege? Mit der Drake. Ah, hoch. Jawoll. Ich vermute, dass wir hier rauf müssen irgendwie. Und jetzt... Ah, über die Wand. Hier rüber klettern. Okay. 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 So, und wenn wir unser Held hier so abhängen, würde ich sagen, wenn ich hier die Folge... Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Aber... Am... Charter. Mann, wie die Zeit vergeht. Aber es macht doch auch richtig laute, dieses Spiel. Naja, bis dahin. Und auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Vielen Dank.